Ich bin Anita Farke und spreche die Exoter Blog News. Das Statistische Bundesamt hat für das Jahr 2 zu 23 acht Verkehrstote pro Tag gemeldet. Die Verkehrsunfallstatistik zeigt eine besorgniserregende Zunahme im Vergleich zu den Vorjahren, trotz der getroffenen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Ein Vergleich mit den Vorjahren zeigt, dass im Jahr 2022 noch 2.064 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben kamen, was bedeutet, dass sich die Zahl der Verkehrstoten innerhalb eines Jahres um 13,9 Prozent erhöht hat. Die Ursachen für diese tragischen Unfälle sind vielfältig. Zu den häufigsten zählen überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol am Steuer, Ablenkung durch Smartphones und andere technische Geräte, sowie das Missachten von Verkehrsregeln. Besonders auffällig ist der Anstieg der tödlichen Unfälle unter jungen Fahrern zwischen 18 und 24 Jahren. Hier haben riskantes Fahrverhalten und mangelnde Fahrerfahrung laut Statistik zu einer signifikanten Erhöhung der Unfallzahlen geführt. Ein weiteres Problem sind die sogenannten Unfall-Hotspots, also besonders gefährliche Streckenabschnitte oder Kreuzungen. Trotz verstärkter Kontrollen und Maßnahmen, wie der Installation von Geschwindigkeitsüberwachungssystemen und zusätzlichen Verkehrsschildern, bleiben diese Bereiche problematisch. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer betonte in einer Pressekonferenz die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen gegen diese Hotspots zur Verhinderung weiterer Todesfälle. Auch Radfahrer und Fußgänger sind vermehrt Opfer von Verkehrsunfällen geworden. Die Zahl der getöteten Radfahrer ist im Vergleich zu 2022 um 18 Prozent gestiegen, was auf die zunehmende Nutzung von Fahrrädern und E-Bikes zurückzuführen ist. Fußgänger sind oft Opfer von Abbiegeunfällen, wobei schwere Lkw eine besonders große Gefahr darstellen. Trotz Campaigns to promote more consideration and attention in road traffic, it seems that the message has not yet reached everywhere. The reactions to the statistics are diverse. Traffic experts are calling for stricter laws and controls, especially against driving under the influence of alcohol and excessive speed. Some politicians suggest expanding cycle paths and sidewalks to increase safety for non-motorized road users. In addition, there are efforts to improve driver training and promote safety awareness in schools. The question remains how effectively the proposed measures can be implemented in practice. It is clear that urgent action is needed to reduce the sad statistic of eight traffic fatalities per day. Das Ziel muss es sein, die Verkehrssicherheit in Deutschland nachhaltig zu verbessern und somit viele Menschenleben zu retten. Quellen, Statistisches Bundesamt, Pressekonferenz des Bundesverkehrsministeriums, Verkehrsunfallsreport 223, Autorin Anita Farke, Freitag, 5. Juli. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.